So, wie der Filmtitel schon sagt, lasst beim Zwillieren die Landschaft erblühen. Hat Vorteile, wenn man nicht so gut trifft wie ich und ähnliches. Allerdings sollte man das nicht unbedingt... Außerdem sollte man das halt nicht unbedingt nur mit so Monokultur machen. Also wie das Ganze, wie in den Tonkugeln. Und Tonkugeln können wir dann... Ups, das habe ich abgeschossen. Und Tonkugeln können wir dann, wird eh Öl draus gemacht, halt mit Samen wachen. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Lasst die Landschaft erblühen. So, um jetzt Tonkugelchen herzustellen, gebrannte, hier vorne oder ungebrannte, brauchen wir natürlich Lehm. Und wir haben ja gesagt, Landschaft erblühen lassen. Dann kann man natürlich ganz einfach Samen dazu machen. Hornbach verteilt die Dinger momentan kostenlos im Dings. Also habe ich die mal genommen, Wildblumenmischung. Nicht schlecht. Allerdings sind auch diese kleinen Tonkugelchen mit der Zwille nicht ganz ungefährlich. Das gucken wir uns erstmal an. Erstmal Sicherheitssinnmais. Was können die Teile machen in ungebrannt und in gebrannt bei einer Dose. Tja, mal Dose aufgehangen. Und ich zeige es nachher nochmal genauer. Man hat gesehen, es ist zersplittert. Das war jetzt die ungebrannte. Und das ist die gebrannte. Ein bisschen tief, aber da konnte man oben erkennen, dass sie abgeprallt ist. Und weit hinter mir eingeschlagen. So, ihr konntet es sehen an der Zeitlupe. Gucken wir uns nochmal so genauer an. Das hier ist eine Delle von einer ungebrannten Kugel. Circa 8 Millimeter. Und das hier, der ist relativ weit unten. Wenn ich oben getroffen hätte, wäre es wohl besser gewesen. Der hat hier schon einen Anriss, die Dose. Das war die gebrannte Kugel. Und die habe ich dann irgendwo weit hinter mir noch einschlagen hören. Ich hoffe, es ist hinter mir nichts kaputt gegangen. Also ungefährlich ist der Spaß trotzdem nicht. Ihr habt gesehen, nicht gerade ungefährlichste Zeug. Wir machen es trotzdem, weil wir passen ja auf, dass keiner in der Schussbahn ist und sonstiges. Also was haben wir gesagt? Wir brauchen Lehm. Lehm kommen wir zum Schluss zu, weil das führt am Anfang zu weit, wo man eventuell günstig herkriegen kann. Und jetzt haben wir halt gesagt, eigentlich entschuldigen wir nicht, dass ich das jetzt hier hätte. Vorbereitung ist alles. Das weg, das weg. Nehmen wir einfach so eine Blumenmischung. Ihr könnt die natürlich einzeln. Interessante Mischung. Ihr könnt die natürlich einzeln in den Lehm reindrücken oder ihr verteilt das einfach und mischt das dann drunter. Weil dann haben wir die Samenkörner drin und wenn die jetzt nicht gebrannt sind und die zerplatzen kaputt, beziehungsweise die werden wieder feucht und lösen sich dadurch auf, dann haben wir Blumen. Und dann könnt ihr dann später gucken, wie doll habt ihr vorbeigeschossen? Bringt das überhaupt was? Hat sich da ein Blumenmärk gebildet oder nicht? So, üblicherweise, ja, die einfachste Methode ist jetzt natürlich, ihr nehmt das Zeug, Hände ein bisschen nass und macht Kügelchen. Sind halt nicht genau, sind nicht genau rund und das war mein Problem. Da wollte ich, da wollte ich rumgucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Eigentlich werden die Dinge hergestellt im Freifallmischer, also in einer Trommel, wo dann immer ein bisschen Wasser dazu gegeben wird und trockenes Pulver. Und ich muss mir meine Finger erstmal sauber machen und die dann mit der Zeit aufwachsen. Ist ein bisschen umständlich, können wir nicht. Allerdings gibt es kleine Hilfsmittel. Ja, Fingerchen sauber, geht weiter. Was haben wir hier? Grill oben und unten, sodass man den Ton, Lehm da einfach reinmachen kann und dann durch das Verschieben sich Kugeln bilden. Das ganze Ding kommt aus dem Angelbereich. Die machen ihre Beulis damit und gibt es in verschiedenen Dicken. Ich habe hier die 8 Millimeter, war vielleicht nicht ganz so die beste Wahl, vielleicht hätte ich einfach zickere nehmen sollen, aber ich wollte 8 Millimeter. Wir haben unseren Ton hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der eventuell ein bisschen zu weich schon dafür ist. Ich habe mit mehreren Sachen ausprobiert, das heißt, ich habe schon mehrere Kugeln gemacht. Man kann den Ton jetzt nicht einfach da reinmachen und dann damit drücken. Funktioniert nicht, haut nicht hin. Ihr braucht vorher eine absolute runde Walze, einen runden Strang. Da war die Idee Silikonspritze. Ich zeug da mit rein und dann die Düse auf der Größe abgeschnitten und ausgespritzt, langgespritzt, eine Bahn gespritzt. Bloß der ist zu steif, hat nicht funktioniert. So, dass ich da jetzt die letzte Zeit hingegangen bin. So richtig bin ich damit noch nicht. Jetzt machen wir das mal weg. Wo war mein Teil? Könnte mal näher rankommen. So, jetzt geht es hier rum. Das Teil mal ein bisschen länglich vorformen. Dann können wir den hier reindrücken. Das müssen wir hier nicht. Ich glaube, der ist zu weich. Und den jetzt hier drauf machen, um damit Sonnenschein ist voll doof, da sehe ich nicht, was ihr seht. Um den damit hier in Struktur zu drücken. Aufmachen und dann sieht man, man hat jetzt hier eigentlich schon die schönen 8 mm. Alles, was außen wegsteigt, weg damit. So, wenn ihr das jetzt nehmt und wenn man es rauskriegt. Ich habe das vorher mal geölt, war nicht gut, weil rutscht dann und bildet keine Rundung. So, das jetzt eigentlich genommen, hier drauf gemacht, dass der Portionen davon drückt und formt. Das hatte ich festgestellt, dass das jetzt eigentlich noch zu dick ist. Und da kein richtig schönes Ergebnis macht. Also rolle ich das noch mal ein bisschen dünner. So, dann kommt der hier drauf. Da ist es ein bisschen zu dünn. Der kommt da und schneidet den in Portionchen. Und durch Fort- und Zurückbewegen sollen sich da jetzt Kügelchen bilden. Seht ihr da vielleicht einer? Schon rausgucken, allerdings nicht so besonders schön, weil da hat ein bisschen Material gefehlt. Wie ihr seht, man muss das Material eigentlich absolut genau vorher da hin machen. Ja, hier ist noch eine. Da ist noch eine. Jetzt hat man ab und zu mal richtig schöne Kugeln, allerdings auch einfach dieses lang abgedrückte, was sich dann hier drin nicht gerollt hat, sondern hier drin einfach hin und her gerutscht ist. Das kann man nachformen, wenn man möchte. Und das wäre halt eine Möglichkeit, um relativ schnell, wenn die so so wären, wäre es ja richtig schön. Ich will mal rumkommen. So, von meiner Seite aus gesehen, wenn die so so wären, wären die ja richtig schön. Aber das ist halt eine. Die anderen hier nicht, die sind ein bisschen zu länglich. Die kann man hier nachformen. Da ist ein Blatt reingefallen vom Baum hinter mir. So, die Dinger jetzt, das stellt er sich immer unscharf, die Dinger jetzt, je nachdem wie die Sonne scheint, was los ist, ein, zwei Tage trocknen lassen. Und dann habt ihr sowas. Und die habe ich dann mit meinem Gasbrenner mal behandelt, um daraus gebrannte zu machen, die halt einfach härter sind, stabiler sind. Was ist denn mit meinem Handy los? So, den Unterschied zwischen ungebrannt und gebrannt hatten wir bei dem Dosentest ja schon mal gehabt. Fingert man vorher sauber machen kann. Wenn man es hier sieht, hier kann man mehr oder weniger mit dem Fingernagel reindrücken und abhellen. Und hier bei der ganz professionell gebrannten, ist nichts. Machen wir das Ganze nochmal mit meinem Messerchen. Da klatscht es ab und bei der gebrannten, ja, ist halt gebrannt. So, ich habe ja nochmal eine Kackwurst. Sieht das Ding halt eigentlich aus. Machen wir die nochmal auf Maß. Ich glaube, es hat sich die verschoben. Na ja, geht. Jetzt sieht man hier schön die Größen. Alles, was nichts ist, abschneiden. Machen wir die ein bisschen dünner. Das ist hier weg. Die Form, wenn ihr seht, ja, hier ist zum Teil nicht dreckig, weil, habt ihr gesehen, manchmal rollen die nicht richtig. Deswegen bin ich hier hingegangen und habe die hier angeraut. Auf der Seite auch ist natürlich dann doof, weil das Dreck sich da mehr reinsetzt. Aber man kriegt dann relativ leicht sauber. Da, wo nichts ist, kann man halt einfach mal mit dem Finger durchziehen und das ganze Ding ist sauber. So, den ein bisschen dünner machen. Jetzt haben wir den natürlich zu lang. Schwupp, schwupp, da weg, da weg. So, ich gehe jetzt, glaube ich, mal hin und produziere noch ein paar von den Teilen. Das sind wir schön die Messerchen, die da jetzt kommen und das Ganze auf Größe schneiden. Und dann soll das eigentlich durch Rollen, soll ich Kugelchen formen und die drehen sich dann manchmal nicht. Hier sieht man, dass eigentlich dann, wenn zu viel Material da ist, dann bilden sich so längliche Taschen und die rollen dann halt nicht richtig, weil da einfach kein Platz da ist. Ich glaube, ich produziere noch ein paar von den Dingern. Macht ihr was, geht raus. Momentan ist schönes Wetter. Machen wir die noch ein bisschen glatt. Achso, wir wollten noch mal wiegen. Was die Teile wiegen. Hier, meine Präzisionsfeinwaage. Super, Batterie leer. Mäsch! Mäsch! Hier, neue Batterie, neues Glück. Erstmal die ungebrannte. 0,5 Gramm. Die gebrannte. 0,4 Gramm. Eine frische. 0,8 Gramm. Ja, größere, größeres Teil wird halt größere Kugeln und somit schwerere ergeben. So, wir haben jetzt noch mal eine Nahaufnahme, die Slowmotion-Aufnahme von der gebrannten Kugel. Man müsste sie gleich unten einschlagen sehen. Man müsste sie gleich unten einschlagen sehen. Na, da kamen sie. Das hier hat ein Anriss. Das war die gebrannte, relativ weit unten. Und das hier die ungebrannte. Also, ungefährlich würde ich sagen, ist es halt nett. So, jetzt die ungebrannte Kugel. Dauert wieder ein Momentchen. Einlegen, Spann, wieder die Slowmotion-Aufnahme. Da schlägt sie ein, da sieht man wie so eine Wolke, also die zerplatzt. Wäre für einen Samen vielleicht gar nicht mal schlecht. So, dann machen wir noch die Frage mit dem Lehm. Also, hier ist so ein Klumpen und man kann so ein bisschen links den Haufen erkennen. Wir haben Rad hingefahren. Guckt euch um. Man kann nicht einfach irgendetwas aus dem Mutterboot nehmen, aus dem Acker nehmen, sondern wenn hier die Straße schon an der Lehmkraut da heißt, ist das nicht schlecht. Also, von da hinten hernommen. Ich glaube, das erzählte ich auch in dem Video, oder? Äh, der ganze Bereich Oberraut, Töpferstadt und da hinten bei diesen weißen Dingern, da war früher der Limes entlang. Also, macht mal eine Blumenwiese. Macht euch ein bisschen Tonkugeln. Sind gar nicht schlecht. Wenn man ein bisschen Übung hat, geht die ganze Sache wohl auch schneller. Und lasst das alles mal blühen. Mit der Zwille hat es halt den Vorteil, man kann die schön verteilen. Äh, man kann ein bisschen Spaß da haben und treffen. Und eigentlich so eine ganz süße Idee. Grüße, macht gut. Gut.